Auf der Bühne oder im Publikum? Bühne. Keynote oder Diskussion? Keynote. Kaffee oder Coke? Kaffee. September oder Februar? September. Rap oder Penne? Beides. Gute Antwort. Früher Vogel oder eher Nachteule? Late Bird. Bluse bzw. Hemd? Hemd oder T-Shirt? Hemd. Armbanduhr oder eine Smartwatch? Die Antwort kann ich zeigen. Mensch oder KI? Mensch. Erde oder Space? Auch schwieriger. Erznahe Umlaufbahn. Ja. Sehr gut. Wunderbar.